Hallo, hallo. Let's go. Kann ich auch so reden oder ist das nicht gut? Hallo in der Gutenbergstraße. Wir gehen immer geradeaus. Gutenbergstraße. Das ist gut da, ne? Würde ich sagen. Also in der Gutenbergstraße war eigentlich immer was los. Test, test. Okay. Einen Augenblick. Test, test. Und immer schön weiterlaufen. Genug Pegel. Hier in der Stadt. Also alles schön bunt, schön viel Kultur. Potsdam. Ja, ja, ja. Achso, also. Nächste Haltestelle. Friedrich-Ebert-Straße. Ich bin Propst Klaus-Günter Müller. Das ist der Basenplatz. Die ist voll fisch. Wieso soll ich das machen? Einfach nur so? Hallo, ich bin die Hilde. Ich kenne die aber nicht. Und weiter geht's. Gut. Ich bin sozusagen Mitbegründerin des Waschhauses. 1992 die ersten Musikveranstaltungen auf den Weg gebracht. Kostet nichts. Ganz einfach. Macht riesen Spaß. Nächste Haltestelle. Hans-Otto-Theater. Völlig, völlig durchgeknallt, was da ab geht.